Stell dir vor, du könntest dein berufliches und privates Leben einfach verändern. Du könntest deine Leidenschaft zum Beruf machen und das tun, was dich glücklich macht. Du könntest als Künstler erfolgreich sein und von deiner Kunst leben. Deinen 9-to-5-Job reduzieren oder ganz an den Nagel hängen. Du hättest keinen Chef mehr und könntest dein Leben freigestalten. Den Lifestyle eines Unternehmers führen, anstatt im Hamsterrad für jemanden anderen zu strampeln. Wenn das für dich wie ein Wunschraum klingt, dann solltest du dir jetzt kurz Zeit nehmen. Hallo, ich bin Friedrich Wurm und ich bin seit über 20 Jahren erfolgreich als Künstler tätig. In dieser Zeit habe ich weit über 1000 Bilder verkauft. Ich betreibe sehr erfolgreich meine eigene Galerie, war und bin auf nationalen und internationalen Kunstmessen erfolgreich vertreten. Meine Bilder hängen mittlerweile in vielen Ländern dieser Welt. Ich erziele Preise zwischen 1000 und 3000 Euro pro Bild. Ich kann von meiner Kunst sehr gut leben. Habe ich besonderes Glück gehabt? Nein. Bin ich von einem Kunstförderer entdeckt und gefördert worden? Nein. Ich habe es geschafft, indem ich einige wichtige Hürden in meinem Kopf beseitigt habe und bestimmte Schritte gesetzt habe, um meine Karriere als Künstler aktiv zu gestalten. Teilweise bin ich dabei ungewöhnliche Wege gegangen. Warum erzähle ich dir das alles? Weil ich davon überzeugt bin, dass viele Künstler, vielleicht auch du, deinen Wunsch haben, von der Kunst zu leben. Die meisten jedoch scheitern an der Umsetzung dieses Traums. Obwohl sie vielleicht tolle Kunstwerke produzieren, oftmals haben Künstler kein Geld oder stecken in einem 9-to-5-Job-Fest, den sie hassen, nur um über die Runden zu kommen. Das ist eine riesige Verschwendung von Talent, von Lebenszeit und Geld. Und ich möchte dir zeigen, wie du als Künstler erfolgreich werden kannst. Dabei ist es völlig egal, ob du Kunst studiert hast oder nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es möglich ist. Und wenn du bestimmte Fehler vermeidest und die richtigen Schritte setzt, dann ist es einfacher, als du vielleicht denkst. In meinem Business-Seminar speziell für Künstler, der Art Business Class, erfährst du Schritt für Schritt, wie ich es geschafft habe, von der Kunst gut zu leben und wie auch du es schaffen kannst. Du wirst die wichtigsten Hürden kennenlernen, die dich am Erfolg hindern und du wirst lernen, wie du sie überwindest. Du wirst Schritt für Schritt Maßnahmen kennenlernen, die du sofort umsetzen kannst und so deine Karriere als Künstler gezielt aufbauen und ausbauen kannst. Melde dich jetzt auf Paint & Smile an und sichere dir kostenlos die wichtigsten Tipps, wie du die größten Hürden auf dem Weg zur erfolgreichen Künstlerkarriere überwinden kannst. Erfahre, wie ich bisher weit über 1.000 Bilder verkauft habe zu Preisen zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Bild, weil ich die wichtigsten Hürden in meinem Kopf überwunden habe. Die Paint & Smile Art Business Class kann dein Leben positiv verändern. Gehe heute den ersten Schritt und melde dich kostenlos an auf www.paintandsmile.com Die Paint & Smile Art Business Class kann dein Leben positiv verändern. Die Paint & Smile Art Business Class kann dein Leben positiv verändern.